Liebe Schüler, ich habe eben eine Nachricht von dem Direktor erhalten, dass etwas Seltsames gerade auf dieser Schule passiert. Wie? Was meinen Sie? Was ist passiert? Die Schule wird jeden Moment evakuiert. Niemand darf die Schule nochmal verlassen. Herr Edmonds, können Sie bitte Klartext reden? Beruhigt euch! Der Schuldirektor wird jeden Moment hier sein und euch alles erklären, was los ist. Leute, der Direktor ist jetzt gekommen. Es ist bestimmt was Schlimmes passiert. Wir haben ein ganz großes Problem. Niemand darf bei diesen Klassenrauf verlassen. Aber warum, Herr Direktor? Jetzt habe ich dich endlich. Warum guckt der Direktor den neuen Schüler so komisch an? Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns bei den nächsten Mal. Wir sehen uns bei den nächsten Mal.